3.46 Uhr ICE nach Eschwege 3.46 Uhr ICE Hamburg-München Eschwege 3.46 Uhr 3.46 Uhr 3.46 Uhr Dieser ICE fährt nur nachts und zwar um 2.46 Uhr über Eschwege von München nach Hamburg und eine Stunde später von Hamburg nach München Das war der ICE nahe Eschwege der Nachtexpress ICE nahe Eschwege um 3.46 Uhr von Hamburg nach München und zwar um 3.46 Uhr und zwar um 3.46 Uhr und zwar um 3.46 Uhr Untertitelung des ZDF, 2020